Mein Bruder war ein Flieger, eines Tages bekam er eine Kart. Er hat seine Kiste eingepackt und südwärts ging die Fahrt. Und südwärts ging die Fahrt. Mein Bruder ist ein Roberer und am Volke fehlt sein Raum. Und Grund und Boden zu kriegen, ist bei uns ein alter Traum. Ist bei uns ein alter Traum. Der Raum, den mein Bruder eroberte, liegt im Quadramma massiv. Er ist lang, einen Meter achtzig und einen Meter füllt sich tief. Und einen Meter fünftig tief. Der Raum, den mein Bruder eroberte, liegt im Quadramma massiv. Und das war der Traum. Der Raum, den eroberte, liegt im Quadramma massiv. Dann bin ich gemeinsam. Vielen Dank.